Hallo und herzlich willkommen bei 163 Grad. Ich bin Oliver und heute geht es in diesem Video um das Thema Wallboxen. Da gibt es viele verschiedene Modelle. Was können die so? Was muss man beachten, wenn man sich für eine Wallbox entscheiden muss? Wie kommst du zu der richtigen Wallbox, die für dich passt? Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß! Seit 2014 fahre ich elektrisch und seit 2017 verkaufe ich mit meiner Firma 163 Grad Wallboxen und Ladelösungen für Elektroautos. Und da gibt es verschiedene Szenarien für Ladelösungen, gibt es verschiedene Dinge, die es zu beachten gilt und es gibt die dazu passenden Produkte. Es geht zum Beispiel um eine einfache Ladelösung für zu Hause, es geht um Firmenwagen aufladen und mit der Firma abrechnen, es geht um mehrere Ladepunkte. Es geht um PV-Überschuss laden und und und. Und heute in diesem Video möchte ich euch die verschiedenen Szenarien vorstellen und euch auch die passenden Produkte dafür zeigen, damit ihr die für euch passende Wallbox auswählen könnt. Und das Video haben wir für euch in Kapitel unterteilt, da könnt ihr genau zu dem Szenario springen, das euch interessiert. Das erste Szenario ist ganz einfach. Du willst einfach nur dein Elektroauto aufladen. Und im Prinzip ist eine Wallbox so etwas wie eine aufgemotzte Steckdose, die aber zwei Dinge anbietet, die eine Steckdose nicht hat. Erstens mehr Sicherheit und zweitens mehr Leistung. Es macht keinen Sinn, einen 70 Kilowattstunden Akku an einer Steckdose über Nacht voll bekommen zu wollen. Das funktioniert nicht. Ihr braucht mehr Leistung. 11 Kilowatt ist die Leistung, die heute bei einer Wallbox eigentlich der Standard ist. Und ihr braucht ein bisschen Sicherheit. Das heißt, dass ihr nachts nicht immer gucken müsst, ob das alles noch funktioniert, sondern dass ihr euch darauf verlassen könnt, dass es entsprechend ausgelegt und abgesichert ist und da nichts durchglüht oder durchschmort. Deshalb eine Wallbox. Eine ganz einfache Wallbox gibt es zum Beispiel von der Firma Heidelberg. Da gibt es zwei Modelle, die Home Eco und die Energy Control. Die Energy Control ist ein bisschen steuerbar, da kommen wir gleich noch zu. Und die Home Eco ist eine ganz einfache Wallbox. Die Energy Control ist auch förderfähig für KfW 440, falls ihr noch einen Förderantrag laufen habt. Vorteil von der Box, das Kabel ist gleich dran. So ähnlich wie in einer Zapfsäule. Ihr fahrt nur in die Garage rein oder wo euer Stellplatz ist. Nimmt das Kabel und steckt es ins Auto. Kabel gibt es 5 Meter, 7,5 Meter. Meine Empfehlung ist, 7,5 Meter Länge läuft. Eine zweite ganz einfache Wallbox ist der Juice Charger Mi. Ungefähr vergleichbar mit der Heidelberg mit zwei Unterschieden. Erstens das Kabel ist ein Tick kürzer, 4,5 Meter lang. Ansonsten aber vergleichbar. Und der Vorteil ist, der hat schon eine RFID-Karte. Für alle von euch, wo das Teil zum Beispiel an einem Carport hängt und ihr nicht wisst, wer da möglicherweise vielleicht in den Stecker reinsteckt, wenn ihr nicht da seid. Ihr könnt das sperren. Und nur dann, wenn ihr das freischaltet, wird die Ladung hier freigegeben. Das ist ein kleines Sicherheitsfeature. Beide Wallboxen haben ein Metallgehäuse und sind super wertig verarbeitet. Das zweite Szenario sind sogenannte smarte Wallboxen. Was ist denn an einer Wallbox Smart? Nun, da geht es hauptsächlich darum, dass die Wallbox eine Verbindung hat zu einer Cloud-Lösung und die Ladedaten, wer hat hier wann wie viel Strom geladen, in die Cloud spielt, sodass ihr sie dort auslesen und auswerten könnt. Und der zweite Feature an einer smarten Wallbox ist, dass ihr sie mit einem Smartphone bedienen könnt. Das heißt, ihr könnt also abends auf der Wohnzimmercouch sitzen und könnt gucken, was euer Auto da unten schon geladen hat. Ihr könnt eventuell sogar die Ladeleistung verstellen oder das ganze Timen, also einen Timer setzen, dass die Ladung zu einem bestimmten Zeitpunkt erst beginnt, wenn ihr einen entsprechenden Stromtarif zum Beispiel habt. Als Beispiel für eine smarte Wallbox haben wir im Sortiment die Easy. Das ist ein Teil aus Norwegen und ich sage mal, Norwegen ist ja nun der Hauptmarkt in Sachen Elektromobilität, was dort sich bewährt hat. Das kann für Deutschland nicht so verkehrt sein. Der Vorteil von der Easy ist, dass es zum einen relativ einfach zu installieren ist. Das Teil besteht aus drei Teilen der Rückplatte, der eigentlichen Ladestation und diesem Deckel drauf. Da hat euer Elektriker viel Freude dran, weil er das wirklich super einfach installieren kann. Und der nächste Vorteil, da komme ich gleich noch zu, ist, dass ihr mehrere davon in einem Haushalt verbauen könnt. Die Easy ist relativ klein, leicht, fällt kaum auf. Es gibt sie in verschiedenen Farben. Das ist eine weiße Oberschale, es gibt auch schwarz Anthrazit. Und ab Werk hat sie kein Kabel. Sie sieht also so aus und dann kann man ein Kabel dazukaufen oder man kann sein vorhandenes Ladekabel hier fest arretieren lassen. Dann ist das wie ein angeschlagenes Kabel. Natürlich ist sie auch mit einem Chip freizuschalten. Die sind so klein, so als Schlüsselanhänger gedacht von Easy. Und man kann aber auch jeden anderen Chip hier dran anlernen. Hier dran kannst du praktisch mit mehreren Chips arbeiten und kannst so einen Privatwagen von einem Firmenwagen trennen. Das Ganze kannst du in der Cloud auswerten. Kannst dir anzeigen lassen, welches Auto hat wie viel geladen. Und hast so eine Basis für die Abrechnung mit deinem Arbeitgeber. Ein Modell, was das auch kann, ist die Charge Amps aus Schweden. Ihr merkt schon, wir sind hoch im Norden. Die Charge Amps aus Schweden ist im Prinzip mit der Easy vergleichbar, außer dass die Installation etwas anders abläuft, mechanisch. Die hat etwas, was mich persönlich wirklich angesprochen hat. Sie hat auch eine Cloud und, 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 aber sie hat ein anderes Design. Das ist ein Gehäuse aus recyceltem Aluminium und die hat verschiedene LED-Beleuchtungen. Zum einen, damit man sie nachts findet und sie auch anzeigt, was sie macht. Und zum zweiten, setzt sich damit auch hübsch in Szene. Bitte nicht von dem Rot irritieren lassen. Die ist noch nicht richtig installiert. Das haben wir hier heute früh noch nicht gemacht. Aber normalerweise ist das hier entsprechend aus. Und ansonsten habt ihr aber auch eine App und ihr habt eine Cloud und ihr habt die Möglichkeit, den Firmenwagen abzurechnen. Genau wie bei der Easy. Aber es ist wirklich ein Design-Statement, so würde ich es mal sagen. Ein dritter Anwendungsfall ist das Thema mehrere Autos aufladen. Und da fange ich mal klein an. Einige von euch haben eine Doppelgarage, haben zwei Elektroautos und wollen natürlich nicht morgens um eins aus dem Bett steigen, um irgendwie in der Garage die Stecker umzustecken, weil der eine Wagen voll ist und der andere jetzt geladen werden muss. Also wenn es darum geht, vielleicht zwei Autos gleichzeitig aufzuladen, dann gibt es auch Lösungen. Zum Beispiel auch von Charge Amps. Die eine habe ich euch eben gezeigt für ein Auto. Hier ist die Aura für zwei Fahrzeuge. Diese kann bis zu zweimal 22 kW aufladen. Das kann man dann entsprechend runterdrosseln auf zweimal 11 zum Beispiel, wenn ihr das haben wollt. Sie ist wieder mit RFID freizuschalten oder auch mit einer App. Und so habt ihr ein, ich sage mal, auch ein wunderschönes Gehäuse, auch wieder recyceltes Aluminium. Übrigens der Designer, der das gemacht hat, der hat früher Königsegg Sportwagen designt. Also da wisst ihr, woher diese Optik kommt. Und das ist also eine Empfehlung, wenn man mit einem einzigen Gerät tatsächlich zwei Autos in einem Rutsch laden will. Eine zweite Lösung, die ich dafür anbieten kann, ist die Easy Home. Die hatten wir schon eben, die smarte Wallbox. Hier gibt es die Besonderheit, dass man von der Easy Home bis zu drei Stück an einem Haushaltsanschluss verwenden kann. Die Easy Home hat ein integriertes Lastmanagement. Es gibt auch die Variante Easy Charge. Da kann man dann bis zu 100 Stück an einem Hausanschluss verwenden. Aber für Home, wie der Name schon sagt, für zu Hause im Regelfall drei Stück. Und da könnt ihr also dann auch in einer Doppelgarage oder zweimal Garage, einmal Carport, drei Stück verbauen. Die stimmen sich ab, die verwalten die Leistung untereinander. Und so könnt ihr über Nacht bequem mehrere Autos aufladen. Das vierte Szenario, was ich hier mit euch besprechen möchte, ist eines, was sich in den letzten Monaten und Jahren zunehmend beliebt hat, erfreut. Das Thema PV-Überschussladen. Bevor ich zur Wallbox komme, ganz kurz erklärt, was ist das? Es geht also um die PV-Anlage. Alle, die eine Photovoltaikanlage auf dem Hausdach haben, wollen natürlich primär den Strom vom Dach ins Auto bekommen. Und das nennt man dann PV-Überschussladen. Das heißt also, in dem Moment, wo die Photovoltaikanlage zu viel Strom produziert, den sie im Haus nicht verbrauchen, den man ja sonst ins Netz einspeisen würde, möchte man den dann lieber in das Auto schieben. Die Bedingung dafür ist, dass das Auto natürlich zu dem Zeitpunkt zu Hause steht, wo die Sonne scheint. Also im Regelfall tagsüber. Das ist klar. Und dann kann man das entsprechend nutzen. Dafür gibt es Wallboxen, die das unterstützen. Und da fange ich an mit der MyEnergy Zappi. Das ist für mich so ein bisschen die Referenz in der ganzen Sache. Kommt aus England. Wir sind also nach skandinavischen und nordischen Ländern jetzt in Großbritannien angekommen. Die Zappi macht etwas ganz Schlaues. Sie hat drei Sensoren. Zeige ich euch. Sie sehen so aus. So sieht so ein Sensor aus. Der wird um die drei Phasen eures Hausanschlusses gelegt. Drei Stück davon sind dabei. Die dabei liegen sind ein Tick kleiner als das, was ich hier in der Hand habe. Und diese Kabel werden dann an die Zappi angeschlossen. Über diese Sensoren misst die Zappi, ob ihr Strom einspeist oder nicht. Und sofern ihr Strom einspeist, sagt sie sich, alles klar, wenn du jetzt länger als 30 Sekunden Strom einspeist, dann kann ich den ja auch ins Auto schieben. Und startet die Ladung in der Höhe, die jetzt als Überschuss anliegt. Ist ganz einfach. Und dadurch, dass die Zappi eigene Messklemmen hat, passt sie auch zu eigentlich fast jeder handelsüblichen PV-Anlage zu Hause. Es ist ein Produkt für zu Hause, für große Photovoltaikanlagen nicht gedacht, aber aufgrund der Stromstärken, die hier möglich sind. Aber für zu Hause ist das ein prima Produkt. Und es ist relativ einfach. Hier am Display kann man das alles einstellen. Man kann einstellen, ob man nur wirklich Solarstrom laden will. Dann würde die Zappi auch die Ladung stoppen, wenn nichts mehr vom Dach kommt. Man kann es so einstellen, dass ein Mix entsteht. Die Zappi nimmt primär den Strom vom Dach. Und wenn der nicht ausreichen sollte, dann kauft sie aus dem Netz dazu. Oder man kann sie auf Fast stellen nach dem Motto, ich will los, ist mir egal, woher der Strom kommt. Ich möchte, dass du jetzt so schnell wie möglich mein Auto läst. Dann macht sie auch das. Dazu gibt es zwei Zubehörteile, die immer wieder auftauchen. Die sehen sich absolut ähnlich. Da muss man genau aufpassen. Das Gehäuse sieht ziemlich gleich aus. Und sie heißen auch beide mit H, HW und HUB. Werden immer gern verwechselt. Der HW ist eine Funkstrecke, die es mir ermöglicht, diese Klemme, die hier mit ihrem 5 Meter langen Kabel, kann ich den HW dran machen. Und dann ist die Funkstrecke zur Zappi hergestellt. Das heißt, es geht also um eine Funkübertragung der Werte vom Hausanschluss. Und das zweite Teil ist der sogenannte Hub. Der Hub stellt eine Verbindung zum Internet her. Dann ist die Zappi praktisch ein bisschen smart. Und ich kann sie mit einer App steuern und ich kann sie mit einer App auch einsehen, was da gelaufen ist, wie der Stromfluss so ist, habe ich Überschuss oder nicht. Und ich kann sie mit der App auch konfigurieren. Also HW und HUB ist ja eine Ergänzung. Beides braucht man nicht zwingend. Die Zappi funktioniert mit dem, was ihr im Karton kriegt, schon right away. Startet also gleich und alles, was ihr dazu braucht, ist eigentlich im Karton drin. Aber die beiden Zubehörteile gebe es dazu. Die zweite Lösung, wie man PV-Überschuss realisieren kann, ist, und da bin ich schon wieder bei der Easy, da bin ich jetzt schon zwei oder dreimal gewesen. Ihr merkt, das ist keine schlechte Box. Ich habe keine besondere Präferenz für eine der Boxen, aber die Box kann eine ganze Menge. Diese Box kann an und für sich, so wie sie da hängt, jetzt kein PV-Überschuss laden. Es gibt aber einen Teil, was das macht. Das habe ich auch von euch als Tipp bekommen. Den Solarmanager aus der Schweiz, das kleine schwarze Kästchen hier, vermittelt quasi zwischen eurer Solaranlage und dieser Easy Wallbox. Der Unterschied zur Zappi ist, dass man hier eine Verbindung zu dem Wechselrichter braucht und eine Verbindung zur Wallbox. Damit kommen nur bestimmte Wechselrichter und bestimmte Wallboxen in Frage. Die Zappi passt ja für fast alles. Der Vorteil, den ihr hiermit habt, ist aber, dass ihr eine Umschaltung zwischen einphasig und dreiphasigem PV-Überschussladen realisieren könnt. Das bedeutet folgendes, wenn der Strom vom Dach zu wenig wird, dann schaltet diese Lösung um auf einphasiges Laden. Für einphasiges Laden braucht ihr zwischen 1,5 und 3,6 Kilowatt PV-Überschuss. Wenn es mehr wird, wenn ihr 4,5,6,7,8,9 oder mehr Kilowatt Leistung vom Dach an Überschuss zur Verfügung habt, würde diese Lösung automatisch auf dreiphasig hochgehen und schaltet immer zwischen einphasig und dreiphasig hin und her. Das kann die Zappi aktuell noch nicht. Das muss man dann von Hand praktisch einstellen. Will ich einphasig oder dreiphasig Überschuss laden und dabei bleibt sie dann auch. Diese Lösung, bestehend aus diesen beiden Teilen, Solarmanager und einer Easy Home, schaltet automatisch zwischen diesen einphasig, dreiphasig hin und her. Dafür ist sie etwas teurer, diese beiden Komponenten zusammen. Dieser Solarmanager kostet ungefähr so viel wie die Easy Wallbox, also praktisch mal zwei. Das Ganze ist in Summe etwas teurer, aber ihr könnt auch viele andere Produkte mit dem Solarmanager steuern und ihr könnt sie auch priorisieren. Das heißt, wenn Solarenergie auf dem Dach ist, wenn ihr Strom vom Dach kommt, dann geht als erstes das an, wenn die Leistung steigt, dann geht das aus, dann macht ihr das an. Also ihr könnt richtig toll euren PV-Überschussstrom mit diesem Solarmanager verwalten. Das fünfte Szenario, was ich immer wieder antreffe, ist das Thema mit mobilen Wallboxen. Also Ladelösungen, die man sich auch in den Kofferraum schmeißen kann und die man mitnehmen kann. Wofür sollte das gut sein? Das kommt natürlich aus der Anfangszeit der Elektromobilität, wo Wallboxen etwas spärlich gesät waren. Aber auch in der heutigen Zeit kann ich euch aus Erfahrung sagen, ist es ein Stück Lebensqualität, so eine Lösung mit sich zu führen, wenn man häufig unterwegs ist, wenn man in den Urlaub fährt. Wenn man im Hotel anruft und fragt, kann ich mein Elektroauto aufladen, dann heißt es ja natürlich, klar, logisch. Und wenn man denn da steht, dann wird man vor irgendeine Steckdose gesteckt. Ach so, das hätten Sie mir sagen müssen. Ich dachte, Sie brauchen das. Also das erlebt man heute immer noch sehr viel und dafür sind diese mobilen Ladelösungen sehr gut. Die Lösung, die ich da favorisieren würde aus meiner Erfahrung heraus, ist der Juice Booster, ein Produkt aus der Schweiz. Dieses Produkt hat den Vorteil, dass es eigentlich zunächst mal unheimlich kompakt ist und es ist auch wassergeschützt. Das ist eigentlich die einzige mobile Lösung, die man tatsächlich so verwenden kann, wie man sich das vorstellt. Die kannst du ins Wasser schmeißen, die kann in der Pfütze liegen, die kann im Schnee liegen, die kann alles ab. Da kannst du sogar drüber fahren, bis drei Tonnen Gewicht ist die Überfahr fest. Also die kann eine ganze Menge ab. Und Juice hat eine Zusatzkomponente dazu geschaffen. Das ist diese Box hier, Easy 1 heißt die. Mit dieser Box wird ein Juice Booster zu einer fest installierten Wallbox und wird auch KfW förderfähig. Das heißt, dieses Set, ein Juice Booster und diese Box ist in diesen ganzen Förderprogrammen tatsächlich drin. KfW 440 zum Beispiel. Und trotzdem kann ich ihn hier unten ausklinken und kann den Juice Booster dann auf Reisen mitnehmen. Hier ist so ein Halter dabei, da nimmst du ihn halt raus und dann kannst du das Teil dir in den Kofferraum schmeißen und für einen längeren Trip problemlos mitnehmen. Der Juice Booster kommt dann mit verschiedenen Adaptern. Ich habe hier mal so einen als Beispiel. Das ist ein Adapter auf eine Drehstromsteckdose. Da gibt es verschiedene Adapter, je nachdem. Es gibt welche für England, für die Schweiz, für Italien, für alle möglichen Drehstromdosen, für die blaue Campingdose. Also da ist viel los. Es gibt auch einen Schuko-Adapter. Natürlich ist bei einem Elektroauto häufig so ein Ladegerät dabei, damit die an der Schuko-Dose laden können. Der von Juice hat aber eine Besonderheit und hat einen Temperatursensor drin. Und das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Als ich 2014 das erste Mal ein Ladegerät bei mir in der Garage in die Steckdose gesteckt habe, habe ich mich gewundert, was riecht denn hier so komisch. Und nur weil ich daneben stand, habe ich das schnell bemerkt. Der von Juice hätte dann abgeschaltet. Das heißt, der Temperatursensor merkt, der Stecker wird warm und klack, dann stoppt er den Ladevorgang. Da kann so nichts passieren. Gerade wenn ihr unterwegs seid und steckt den Stecker in irgendeine Steckdose, die ihr nicht kennt, ist das wirklich ein guter Sicherheitsgewinn. Also Juice Booster als mobile Ladelösung oder in Verbindung mit der Easy Box. Dann habt ihr jetzt so ein 2 in 1 Paket, also zu Hause eine feste Wallbox Diebstahls geschützt. Das muss man aufschrauben, sonst kommt man hier nicht ran. Hier ist eine RFID Laser drin. Das heißt, es kann auch keiner laden außer euch. Und wenn ihr wollt, macht ihr es auf, nehmt es raus. Hier ist ein Sicherheitsschloss. Das öffnet ihr, nehmt den Juice Booster raus und geht auf große Fahrt. Das letzte Szenario, das ich ansprechen möchte, ist quasi die Königsklasse in Sachen Wallbox. Es geht um Tiefgaragen mit 20 Plätzen, um Firmenparkplätze, Wohnungseigentümergemeinschaften. Also alle Situationen, wo es nicht um eine, zwei oder drei Wallboxen geht, sondern um ein paar mehr. Dort habe ich eine Zusammenarbeit mit ChargeX. ChargeX ist ein Startup aus München, die eine geniale Idee hatten und sich eigentlich die Eigenschaften einer Mehrfachsteckdose zunutze gemacht haben für Wallboxen. Bei der Mehrfachsteckdose kennt ihr das. Ihr habt so einen Dreifach-, Vierfachstecker. Ihr habt also, macht aus einer Steckdose dann drei, vier, fünf, sechs Steckdosen. So ähnlich funktioniert es hier auch. Für ChargeX ist im Wesentlichen für so ein System nur eine Zuleitung notwendig. Und es geht dann, so wie hier angedeutet, von der ersten Wallbox mit einem eigenen Systemkabel zur zweiten, zur dritten, zur vierten, zur fünften und zur zehnten. Das spart unheimlichen Installationsaufwand in der Garage, weil ihr nicht mit 20 Kabeln in die Garage müsst, sondern nur mit einem oder mit zweien und dann entsprechend ein oder zwei Zehner-Systeme dort installieren könnt. Und Zeit ist im Regelfall auch genug, denn die Autos stehen dort die ganze Nacht teilweise oder mehrere Stunden. Wenn ihr in eure Tiefgarage guckt, dann ist eigentlich über den Tag verteilt immer irgendwie jemand da, der da schon steht. Der würde dann meinetwegen tagsüber laden und die anderen, die abends nach Hause kommen, werden dann geladen. Dieses System hat einen Algorithmus drin, mit dem ist den Strom nachher bedarfsgerecht verteilt. Jeder kriegt also erstmal eine Ladung, dass er wieder vom Hof kommt, dass er zur Arbeit fährt und dann wird reihum voll geladen. Sehr, sehr intelligentes System, steuerbar per App, Abrechnung über RFID-Karten, das gibt es auch in Eichrechts-konform, kann ich euch mal in Ruhe vorstellen. Das ist meine Lösung für solche Szenarien. Wenn ihr noch Fragen zu Wollboxen habt, die ich in diesem Video nicht angesprochen habe, oder ein bestimmtes Wollbox-Projekt oder eine bestimmte Aufgabenstellung, dann schreibt mir entweder hier unten in die Kommentare oder an Info at 163Grad. Wollboxen findet ihr bei uns im Shop oder auf der Homepage 163Grad.de und ich bin Oliver und wir sehen uns im nächsten Video.